Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es ein bisschen um ein komplett unabhängiges kleines Ding oder kleines Feature, was ich euch zeigen möchte und zwar um Nebel. Das ist allerdings ein spezieller Nebel und zwar der Volumetric Fog. Das heißt der volumetrische Nebel, also ein wirkliches Volumen, das dieser Nebel hat, das wird auch dann mit der Physik berechnet. Also komplett anders als der Standard Nebel, der ja einfach nur Undurchlässigkeit ist. Und deswegen gibt es erst ab Version 4.16. Dazu braucht ihr dann natürlich erstmal diese neue Version und die findet ihr unter dem Epic Games Launcher, unter der Library. Da könnt ihr dann Versionen hinzufügen und da müsst ihr dann sicherstellen, dass ihr Version 4.16 auch wirklich habt. Davor gibt es es noch nicht, wahrscheinlich wenn ihr es guckt, es gibt es eh 17, 18 und so weiter. Das ist dann noch alles drin logischerweise, aber eben ab 4.16 erst. So und dann könnt ihr natürlich auch mehrere Versionen verwalten. Warum hat man mehrere Versionen, sagen wir mal so, wenn ich jetzt in 4.15 was baue, dann muss das nicht unbedingt kompatibel sein mit Version 4.16. Ist aber trotzdem natürlich immer noch sinnvoll, diese Version zu haben, denn ich möchte mein Spiel nicht wieder von vorne anfangen zu basteln, sondern ich möchte dran weiterarbeiten. Vor allem wenn es ein, keine Ahnung, großer Titel wird oder sowas, dann braucht es seine Zeit. Und in der Zeit werden wahrscheinlich einige Versionen von Unreal Engine rausgebracht. Und deswegen kann man sich hier einfach neue Versionen angucken. Man kann gucken, ob das Projekt, was man angefangen hat, für die neue Version kompatibel ist. Und falls es nicht kompatibel ist, kann man schauen, wie viel Aufwand ist es denn, das umzuportieren und so weiter und so fort. Und brauche ich diese neuen Features wirklich alle? Und ja, wenn nicht, dann bleibt man eben bei der alten Engine. Ansonsten bleibt man natürlich bei der neuen. Man kann einfach beide parallel benutzen sozusagen. Und das ist ziemlich cool. So, was wir jetzt machen werden ist, wir wechseln einfach mal in den Editor. Ich habe das Standard Third Person Template erstellt oder genutzt einfach, um dort jetzt diesen Nebel zu machen. Und als allererstes ziehen wir uns diesen Nebel da rein. Das heißt, wir nehmen hier diesen Exponential, also es gibt auch den Atmospheric Fog, aber der ist nicht so wirklich wichtig. Wir nehmen jetzt einfach mal den Exponential Hate Fog. Und der ist zuständig für einen gewissen Grundnebel, sage ich jetzt mal, den wir uns dann angucken können. Wir können hier einstellen, wie viel Nebel wir tatsächlich haben wollen. Also zum Beispiel Dichte von, also eine Dichte sollte normalerweise zwischen 0 und 1 sein. Ich glaube, das Maximum, was wir hier an Dichte haben, ist 0,05. Ihr seht, es geht alles so ein bisschen in, ja, es ist einfach irgendwie ein bisschen finster geworden oder halt ein bisschen komisch geworden. Ich kann es euch mal kurz im Unterschied zeigen. Ähm, ist nicht wirklich irgendwie cool oder sowas. Vor allem hier dieser Nebel, der ist auch irgendwie ein bisschen seltsam. So sieht es einfach nur komplett ein bisschen, naja, ähm, entsättigt aus. Und da gibt es natürlich einige Einstellungen, die man vielleicht noch ein bisschen tweaken könnte. Ich werde jetzt hier als allererstes mal eine ziemlich hohe Density wählen und zwar 0,5. Das ist erstmal brutal viel. Aber was jetzt natürlich wichtig ist, ich möchte nicht überall in der ganzen Welt diesen Nebel haben und ich möchte auch nicht, dass er überall komplett sichtbar ist. Ähm, denn mit dem Maximum Opacity kann man einstellen, wie voll ist dieser Nebel maximal. Also zum Beispiel an der dichtesten Stelle, das ist hier im Zentrum sozusagen. Und, ähm, hier bei 1,0 kann man wirklich nicht mehr durchgucken. Aber wenn ich das jetzt runterstelle, dann kann man da schon noch ganz gut durchgucken. Zum Beispiel so sieht es doch ganz angenehm aus. Und, ähm, wenn ich hier jetzt den Hatefall auf ein bisschen, ähm, manipuliere, ich könnte den auch ein bisschen höher stellen. Zum Beispiel, ich glaube, ah ne, 2,0 ist das höchste. Okay, ähm, dann, ja, sehen wir hier, okay, ich kann vielleicht noch ein bisschen was anderes ändern. Ich kann hier sagen, ab wo gibt es überhaupt keinen Nebel mehr. Also zum Beispiel, ähm, 200 oder sowas. Okay, das war zu wenig. Ähm, dann sagen wir mal 2000. Ja, dann sehen wir hier, es gibt in diesem Bereich Nebel, aber in allen anderen Bereichen gibt es keinen Nebel mehr. Und das ist ein bisschen seltsam, sieht komisch aus, ähm, weil wir hier natürlich dann sofort einfach eine harte Kante haben. Das will man normalerweise möglichst vermeiden. Deswegen sagen wir hier einfach mal 0. Und dann haben wir überall so ein bisschen Nebel. Okay, jetzt ist es allerdings nicht wirklich schön. Und deswegen gehen wir hier einfach mal her und löschen dieses Licht raus. Muss jetzt auch nicht sein. So, und vielleicht stelle ich die Dichte doch nochmal ein bisschen runter auf 0,3 oder, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. 0,2. Ja, das sieht doch eigentlich ganz, ähm, vielleicht sogar 0,1. Okay, lassen wir es so. Sieht eigentlich ganz cool aus. Jetzt, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist Lightding, also die Beleuchtung neu zu bilden. Was ich aber als erstes machen möchte, ist, ich möchte hier unten, unser Volumetric Fork, möchte ich noch einstellen. Okay, es ist ein volumetrischer Nebel, das heißt, er wird simuliert. Und ihr seht es hier, es sieht alles so ein bisschen, äh, schwächer dann aus. Wir müssen aber kurz abwarten, bis wir das Light wirklich gebildet haben. Ähm, wenn ihr es auf 0,9 stellt, dann sind die Lichtstrahlen, die einfallen, werden meistens, also in 90% der Fälle wieder in die Richtung abgelenkt, aus der sie kommen. Das heißt, das Licht bleibt eigentlich fast unverändert. Während wenn ich jetzt hier was mit 0,0 mache, dann haben wir wirklich komplette Streuung von Licht und das ist eigentlich, ähm, in den meisten Fällen sinnvoller. Aber manchmal, wenn ihr solche speziellen Strahlen haben wollt, die man durch den Nebel sieht, dann braucht ihr 0,9 hier. Also als kleiner Tipp. Okay, so, ähm, ja, ich glaube, das ist eigentlich ganz okay so. Und jetzt können wir mal kurz gucken, wie das Ganze aussieht. Es gibt nachher noch natürlich mehr. Wir wollen aber natürlich zuerst das Lighting bilden. So, ähm, es dauert ein bisschen. Ja, logischerweise, es dauert ziemlich lang, Lighting zu bilden. Ist immer so eine Sache für sich. Sollte man nicht allzu oft machen, vor allem, wenn man es eilig hat. Okay, so, wenn wir jetzt hier rumlaufen, ja, wenn wir jetzt hier rumlaufen, dann sehen wir, dass alles so leicht in Nebel gehüllt ist. Aber es ist nicht wirklich stark und es ist auch nicht wirklich hübsch. Jetzt wollen wir natürlich noch mehr machen. Ähm, und dazu ziehen wir uns einfach mal ein Licht, ein Spotlight zum Beispiel, hier rein. So, also, wir, ich mache hier mal kurz den Winkel ein bisschen kleiner und das machen wir einfach mal darüber. So, und jetzt ziehe ich mal die Intensity, also die Intensität des Lichts einfach wirklich ganz nach rechts. Ihr könnt sie natürlich auch noch höher stellen, ähm, zum Beispiel auf das Ganze mal zwei. Ja, also es ist schon ordentlich helles Licht, aber es ist ja auch relativ weit oben. Achtung, Licht wurde hier noch nicht neu gebaut. Und jetzt kann man hier sagen, ähm, ich möchte, dass das Ding auch wirklich den volumetrischen Nebel nutzt. Dazu gehen wir erstmal hier auf dieses Show Advanced. Und die wichtigen Optionen sind dieses Volumetric Scattering. Das heißt, hier kann ich, ähm, also der Schieber geht nur bis 4,0. Ups. Und wir sehen es auch jetzt schon ganz leicht, das ist 1,0 jetzt hier, aber der Schieber geht viel, viel höher. Also, man, man kann bis 4,0 einschieben sozusagen, aber ich kann hier auch noch ganz, ganz andere Zahlen eingeben, zum Beispiel 100. Dann sehen wir wirklich jeden einzelnen Lichtstrahl und das ist viel zu viel natürlich. Aber ich will euch nur zeigen, dass diese Schieber nicht immer wirklich das Limit darstellen. Äh, in manchen Fällen ja, in anderen Fällen nein, aber ich möchte jetzt hier eigentlich mal sowas wie 20 oder sowas haben. Gut, das ist auch zu viel. 10, ah, nochmal 5. Okay, 5. 5 sieht doch eigentlich ganz hübsch aus, so als Licht. Vielleicht möchte man dann noch die Intensität ein bisschen zurückdrehen. So, und das ist irgendwie, also jetzt, ich weiß, es ist gerade Hochsommer, aber ich finde das irgendwie ganz hübsch, wenn man so ein paar Lichtquellen hat, die einfach, ähm, den Nebel benutzen und wie so an, an frühen Herbstmorgen, wo es dann irgendwie so Straßenlaternen gibt, die Nebel werfen oder sowas. Und wichtig ist jetzt natürlich auch noch, wir wollen das Ganze als volumetrischen Nebel berechnen und das ist eben diese Option hier. Und, ähm, ja, die müsst ihr natürlich dann auch ticken, ansonsten wird das Ganze nichts. So, okay, vielleicht ist die Intensität doch ein bisschen zu niedrig. Ja, so müsste es eigentlich ganz gut aussehen. Jetzt wollen wir das natürlich bauen, Build Lighting Only, damit es ein bisschen schneller geht, alles andere dauert so ewig. Und selbst das dauert bei mir ewig, weil irgendwie dieses Aufnahmeprogramm echt viel Leistung zieht. Aber egal. Ähm, ja, und das ist eigentlich schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Wie gesagt, mal was völlig unabhängig ist, aber ich finde es einfach ein hübsches Feature. Wir können jetzt hier auch rumlaufen und wir sehen hier, ja, es ist eine hübsche Lichtquelle, die aus dem Nichts kommt. Klar, der volumetrische Schatten, äh, volumetrische Nebel muss natürlich auch irgendwo herkommen, aber das ist eigentlich schon eine ziemlich hübsche Sache hier. Und, ähm, ich hoffe, dass ihr damit ein bisschen was anfangen könnt. Vielleicht könnt ihr damit mehr Atmosphäre in eure Games reinbringen. Und das war es eigentlich von meiner Seite auch. Und, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.